Es tut, ich will gar nicht wissen, wie es so eine Statistik, wie man es einsehen kann, also, ne. Ich will es gar nicht wissen. Was für eine Statistik? Ja, so eine Statistik, wie man Geld in diesem Game schon ausgegeben hat, einfach. In dem Game? In dem Game. Naja. Ich glaube, das kann man nicht nachschauen. Das ist viel zu viel, aber glaube ich, bei dir. Ich glaube, es ist viel zu viel. So, perfekt. Ich habe kein Leer. 33X, genau. Ja, dann soll ich Achter machen, dann sind wir schneller fertig mit der Qual. Du kannst gerne Achter machen, ey. Ich habe da nichts dagegen. Kannste sagen, fahr aus, der zu viel Part kauft, ja. Oh, okay, ein huge. Bitte. Nee. Hä? Oh. Es ist so, was? Es ist so, was? Oh, nein. Du hast nur nicht angezeigt, deswegen habe ich gerade voll verwundert, weil es nicht aufgezeigt wurde. Es wäre sein, wenn es so gut ist. Komm. Ich will mal kurz andeuten, wir heißen gerade 74 Euro hier gerade. Also ich heiße 74 Euro gerade hier, ne? Alles für euch, weil ich euch liebe, weil ich euch gerne habe, weil ich immer so aktiv sein aktuell. Genau. Ich glaube, du klickst. Mach, ich klicke überall hin. Ich klicke überall hin. Ich klicke überall hin. Lass mich einweisen, wirklich. Ey, das ist nicht gut mehr. Das ist nicht mehr gut. Lass mich einweisen. Das ist wirklich gar nicht so gut. Und du kannst nochmal? Wie viel hast du ihn gekauft? 33. Ah, guck mal, ein Rainbow Vincent. Und der Shiny sogar noch. Das wollte ich wirklich. Ich merke schon. Ja. Du hast viel Spaß. Das letzte Egg. Mann! Soll ich mal nochmal 70 Euro? Nein. Nein. Wann ich? Oh, ich hab... Hör auf! Lass es. Lass es. Mann, aber es ist Hubert. Weißt du? Ja, wir haben jetzt genug Hacks geöffnet, oder? Noch mehr... Hör auf. Hör auf. Nein. Hör auf, Leute. Das ist aber auch schon eine schlechte Tendenz, eigentlich. So nachdenken. 33 Reihe und nur ein Blick. Das ist tatsächlich ziemlich normal. Echt? Ich hab echt kein Gefühl mehr für Geld und... Ich glaube, es ist 2% 1 zu 50. Oh, Mann, ey. Ich will so schlimm weigen gehen gerade. Mir kommt wirklich Pipi in den Augen. Ich hab genau meine ganzen Huges in... Alter, leck das. Das musst du mal kurz mal in den Streamer gucken. Ja, ich schau. Das ist eine Riesenschlange. Das ist eine sehr lange Schlange an Pets. Ähm... Willst du das wirklich machen? Ja. Ich hab Psychosen. Es geht schon los. Geistig gestört. Komm auf die Prägnatze, aber. Nice. Convert to Robux. 10.001 Robux. Let's go. Ah, ja. So, jetzt darf ich nochmal nochmal retreuen. So schön. So schön. Hauptsache, der Fettig darf schön zugucken. Und ich darf leiden. Und ich muss nichts machen. Ich sitz die ganze Zeit nur hier und du gibst Geld aus. Und ich muss nichts machen. Du siehst gut aus. Ich sieh Smash aus, immer. Das ist gut, der Fit. Das ist der Glücksfeud. Meine Diener. Ah, bitte. Die Maschinen anschmeißen im Void. Das wäre sehr schön. Okay. Ab jetzt. Indianer. Ehrenwort. Das ist echt cringe. Egal. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich ansatzweise in dieses Game investiere. Das ist das letzte Mal, bis irgendwann wieder eine geile Huge Cap kommt. Und eine Titanic. Wo ich eh nicht kriegen werde. Aber egal. Höchstens in spätestens zwei Wochen. Warte. Weißt du? Für den Hype müssen wir jetzt noch einen Hype-Gift öffnen. Ich hab grad Eier. Warte mal. Chill. Ja. Wunder. Ist das gut? Ich weiß nicht. Das ist glaub ich gut. Ich hab den jetzt selten gesehen. Ich hab den noch nie gesehen. Also ich glaub das ist das 5%ige Pet oder so. Keine Ahnung. Guck mal. Vielen Dank. Companion 3. Das. Preston muss jetzt gönnen. Ey ich hab den schon so viel Geld in den Hintern gestopft. Ich hab instant Geld so viel Geld in den Nutsch gekauft. Wo bleibt mein Placement? Ihr müsst den jetzt wirklich gönnen eigentlich mal. Ey ihr müsst den jetzt wirklich gönnen. Ey wenn ich. Wenn. 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 Ich mach jetzt ein Deal. Das ist mir. Schnurrt's egal. Das ist mir egal. Wenn ich jetzt gleich. Keine. Keine Titanic ziehe. Auch wenn ich nicht huge ziehe. Egal. Wenn ich keine Titanic ziehe. Nachdem ich meine Eier aufgelöst habe. Und das letzte Ei gezogen habe. Und keine Titanic. Ach der stimmt sofort zu. Ich zitter. Mir ist kalt. Ich hab Psychosen. Ich hab ein Geldproblem. Kicken! Tut mir leid mein Nachbar. Okay. Das war schon mal nichts. Ja doch. Das Pop-Cat. Okay. Das Pop-Cat. Du musst das Fenster schließen. Einen Moment. Junge. Was? Du Schwein! Was soll das? Wie geht's dir so mental nach diesem zweiten Eck? Ich kann nicht. Seine Nachbarn holen die Polizei wegen Ruhe, Stimmung. Deswegen ist er jetzt weg. Ach nee, nein. Ich fliege den Nachbarn immer so rum. Und ein bisschen laut ist. Aber egal. Ach so. Das sind gechirrte Nachbarn auf jeden Fall. Ich mach meinen Sound dann und höre aus. Und höre ihn trotzdem noch. Ich hab ne Rainbow-Knife-Cat bekommen. Wie viele hast du noch? Sechs. Denken sie. Ich hab ne Störung. Nee. Die geht super. Die geht ganz gut. Komm, wir brauchen ein bisschen. Beschreien es nicht. Komm, also meine Eltern wie hochkommen und fahren rumschreie die ganze Zeit wieder. Die geht's wunderbar. Jetzt können wir dieses Streckspiel, Alter. Das macht keinen Unterschied zu den Ecks. Okay, noch zwei. Du hast noch zwei Ecks. Komm. Ich klicke für dich. Das hat nichts gebracht. Ich bin der Leben im Beweis, warum ihr kein Geld investieren sollt in dieses Drecksspiel. Das letzte Egg, Leute. Also mit 140 Euro könnte man sich ne Switch eventuell kaufen. Mit 140 Euro kann man sich neue Neidenschuhe kaufen. ID sogar. Mit 140 Euro, ähm. Moment, mit 140 Euro. Man kann sich gut viel Divacs kaufen. Mit 140 Euro kann man auch nen guten, äh, Developer bezahlen. Mit 140 Euro kann man vieles machen. Kann man echt vieles machen. Also es wundert mich echt, dass hier keiner hochkommen ist, nach einer Schrei-Aktion. Ich seh das jetzt nach. Also das, 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 das interessiert euch auch locker. Dann können wir mal so ausrechnen, wie viel Geld ich jetzt eigentlich wirklich mal legit, einfach so wie ich das neu kaufen würde, alles jetzt investiert habe. Reden wir jetzt von diesem Stream. Liegen wir aktuell bei einer saftigen Summe von nur 37.390 Robux. Würden wir aber jetzt das ganze Update bis jetzt beziehen. Plus 3.200 plus 3.000. Kommen wir aktuell mit dem ganzen Update auf eine saftige, tolle Summe von 46.990 Robux. Aufgerundet, ne. Wir runden das ab. Ähm. Abgerundet machen wir mal auf 5.000. Das wären... Ich kann nicht mehr rechnen. Wie viel wäre das? Sagen wir 500 Euro. Meine Damen und Herren, ich hab einen halben Kleinwagen verkauft hier gerade in Petzlix. Äh, gekauft. Sorry. Gekauft. Ja. Danke, äh, macht's einfach nicht wie ich. Tja, ihr habt's gesehen, es lohnt sich gar nicht, das überhaupt anzufangen. Deswegen, ich geb euch einen guten Rat. Fangt gar nicht an, überhaupt sowas zu starten, wie ich's gemacht habe. Ich mach's, wie gesagt, nur aus Entertainment-Zwecken. Ich mach's, wie gesagt, nur zum Spaß. Aber, wenn ihr wirklich gerade Ehre habt und ihr ein bisschen auch mal Liebe zurückgeben wollt, dann könnt ihr einfach wieder auf jeden Fall meine Ehrekette in meiner Roblox-Gruppe abchecken. Denn die hat sehr viel Ehre. Und, ähm, ja, das wird mir helfen, dann das nächste Video dann zu finanzieren mit Felix eventuell, wenn ich so machen werde, weil wir sehen ja, es lohnt sich absolut gar nichts. Aber ich würde sagen, hat's mir, Leute, und ciao!